Wir gehen sicher auf dem Berg. Wo? Auf dem Berg. Ich kann es nicht mehr sehen, weil... Hinter dem Stein, oder was? Man, die ganze Map ist voll mit Steinen. Ich laufe wieder, das dauert nur zu lang. Oh Gott, ist hier wahrscheinlich... Hier aber... Aber Jens, wo fährst du denn hin? Ich bin komplett ohne. Ich steck mal aus. Super. Ah, ich bin tot. Ach, ich auch. Oh, hier ist richtig was los. Ähm... Jens, bleib mal am Leben, der Kino. Nee, ich bin grad tot. Warum? Ich bin am Leben, ich bin am Leben. Hinter dir, Christe! Aha. Hinter dir? Der, der dich gerade getötet hat, das war... Wladimir. Ja, Wladimir. Hm. Penner. Der ist aber schon Level 118. So. Nee, jetzt hat mich einer gemessert. Ja, ich hab's gerade gesehen. Wollt ihr gerade Medikin werfen, dann erschießt mich wer von hinten. Hast du den denn auch gemessert wenigstens, wenn der neben dir stand? Ich wollte... Ja. Das ist nicht getraut. Der ist aber sehr nett gewesen. Boah. Und ganz ehrlich... Und ganz ehrlich... Einmal Messern am Arm, das reicht ja auch, oder? Auf jeden Fall. Hat sich doch schon... Hat sich doch schon so gefreut. Ich bin doch nicht so der Messerhaltung eigentlich. Darüber bist du ausgestiegen aus dem Heli? Was ist denn für ein Heli? Der war im Heli drin. Der war im Heli drin. Boah, was soll denn denn jetzt hin hier? B hier mal. Boah. Die Scheiße. Was? Marschloch. Deine Arme. Ähm, okay... Alle tun! Die kriegen die... Die sind bei Arme nicht. Der Schluchse. Scheiße. Halter Schrott hier. Boah. Was war das denn? Alles gut Christe? Hier kaum waren wir so ein bisschen kleines. Ich sage gesteuertes Flugzeug, oder so, angeflogen. So, wir lassen es doch mal irgendwo hinlaufen. Ja. C sieht doch gut aus, oder? Nicht so weit weg. Oh, ich bin down. Wie das denn? Einen habe ich gelegt und auf der anderen Seite steht auch noch einer. Auf der anderen Seite vom Wasser. Psycho-Freak. Lebst du noch? Bist du, lebst du noch? Oh, jetzt nicht mehr. Oh, ist noch ein dritter. Hey, Multi-Kill. Ja, da kommen richtig viele. Da sollten wir auf jeden Fall wieder hin. Wo sind wir denn hier? Wir waren auf dem Weg zu B. Oh, ja toll, da gehst du einmal zur Jete rein und schon bist wir am Sterben, ja. Aber wie gehst du denn zu den Typen? Ich bin hinter der Trino. Der Trino, lass mal den rechten Eingang nehmen. Den rechten Eingang. Ja, ich weiß. Da bin ich ja jetzt rein. Was war das denn, Alter? Ich lieg direkt auf dem Midi-Kill und nix tut sich. Was denn das für eine Scheiße? Ich weiß auch jetzt. Hete, was ist denn los bei dir? Ich habe mich hier verbarrikadiert. Das klappt ja nicht so gut, wie ich sehe. Wieso? Ich habe vier Kills bisher hier gemacht. Wo seid ihr denn da? Das ist auch gar nichts. Also laut Hete, ja. Lautsame ist Hete verletzt. Hinter euch ist ein Panzer gerade. Habt ihr gehört, ja? Hinter euch ist ein Panzer. Ja, ja. Jetzt kommen wir hier weg. Junge, hier fliegt eine Leiche durch die Luft. Ich hab eben nur den fliegenden Panzer gesehen. Jetzt bin ich auch tot. Sieht man, ob ich eine Killingspruey hatte? Nee, ne? Habt ihr schon. So, müssen wir jetzt hin hier wieder. Hete hat es geschafft, zwei Leute hintereinander zu killen. Zwei hintereinander zu killen. Killing three. Das ist ne Killing three, Jungs, ne? Killing three und zwei. Das ist auch so geil. Ich hab gerade was voll cooles aufgenommen. Ey, da knallst du die zwei mal mit dem Scharfschutz. Ja. Und die haben hundert Prozent. Ich wusste, ich hab den mal für dich gelegt, ne? Ja, lang so. Irgendwie war der Aiming ja nicht verzog. Das ist ja, ey. Net ausgript. Bestimmt. Ich stand direkt hinter dir. Das war schon sehr speziell, was ich da gesehen habe. Alter, was war das denn? An T90? Das war echt problematisch. Oh, ich hab keine Munen mehr. Ich hab gar nichts mehr. Ich komm zu dir. Warte, Christe. Warte. So wie du geämmt hast, auch kein Wunder. Hier liegt Munen, ne? Ja. Hier, ich brauch mal Medic-Jungs von euch. Hab ich nicht mehr. Ich hab Munen jetzt mitgebracht. Da ist gerade einer hochgesteppt in die Arena. Hab ihn. Wir sind noch zwei. Noch ein. Noch zwei. Wir sind zwei Typen oben noch. Einer mit dem Bogen. Hab noch einen. Hab ne Killingsbrief von drei, Jungs. Jetzt bin ich tot. Eigentlich. Killingsbrief von drei ist vor allem auszutausend. Einen hab ich gelegt hier oben, Christe. Da sind noch zwei, das ist auch weg. Da sind noch sieben, acht. Ja, hier hab ich jetzt schon weggemacht. Oh, achten. Ist frei? Alter, hier sind die alle. Scheiße, ich bin da durchgelaufen. Da stehen noch ein paar. Alter, ich hab ne Killingsbrief von sieben oder so. Oh. Jetzt bin ich auch mal tot auf dem Menu. Boah, das hat ja mal was gebracht. Ey, sag mal, komm. Ist halt, leg mich am Arsch. Ich hör auf. Nein. Oh, Jens, komm. Ey. Was ist denn jetzt? Oh, Latino, du hast schon zehn Kills. Das war doch gerade voll geil. Reiß dich mal zusammen. Reiß dich mal zusammen, ist gut. Sagt der Richtige. Oh. Oh. Musst du mir nirgends Wasser fallen? Der Spruch ist gut, ne? Wo wollen wir denn hin? Gib mal Anweisung. Ich konzentriere mich aufs Fahren. Na da, wo wir hinwahren, würde ich sagen. Wo war'n das? Man, da oben in dem Tunnel, Scheiß. Aua. Man, weiß ich doch nicht. Wir müssen zu arm. Ah, wird gerade weggegangen. Das, was markiert ist, das ist ja C. Das ist A. Ich hab gerade A markiert. Das liegt hinter dir, du. Oh. Oh, Mann. Das ist super. War vielleicht nicht die beste Idee. Ich dachte, ich könnte da durchfahren. Hm. Hab ich vorhin auch schon mal gedacht. Klappt übrigens nicht. Oh, wer fliegt denn hier? Geht da was los von dir? Ich hab hier alles eingenommen gerade. Aber ich hab da nur noch... Ich hab hier... Oh, Mann. Ihr müsst nicht kommen. Ich hab das schon im Griff. Ich stopp mal die Aufnahme. Ich geh mal zu.